Schön, dass Sie da sind, Michelle Letrugu. Danke für die Einladung. Wie ist im Moment der Stand dieser Verfahren? Da blickt man ja gar nicht durch. Von Mai bis jetzt hat sich ja schon wieder was getan. Eigentlich hat sich gar nichts getan, wenn man sich das große Bild anschaut. Weil seit April 2017 läuft ein Verfahren gegen mich. Das ist über zwei Jahre her. Und wir haben keinerlei Bewegung, keinerlei Fortschritt. Außer, dass die Prozesse von Tag zu Tag einfach verschoben werden. Aber Ihr Mann ist mal wieder in die Türkei eingereist. Dann hat er den Pass wieder abgenommen bekommen. Und dann durfte er wieder raus. Ja, das ist genau das Willkürliche in der Türkei. Und das kann man anhand unseres Verfahrens sehr gut mitverfolgen, wie willkürlich das Verfahren ist. Mein Mann ist eigentlich immer nur zu den Prozessen hingefahren, weil das unser Recht ist, an diesen Prozessen teilzunehmen. Aber jedes Mal ist irgendetwas geschehen. Und jetzt ist er zum Glück wieder zurück. Wollen Sie zu den Prozessen auch hinfahren? Ich war ja einmal. Nach meiner Einreise in Deutschland war ich noch mal in der Türkei. Damals habe ich sozusagen die Ausreise von meinem Mann erkämpft. Danach bin ich nicht mehr hingefahren, weil ich eben intensiv an meinem Buch geschrieben habe. Und ich glaube, nach dem, was ich alles preisgegeben habe, sollte ich vielleicht nicht mehr zurückfahren. Sie haben in dem Buch sehr konkret beschrieben, wer da Ihnen gegenüber saß, in Polizeistationen, im Gefängnis, haben das Verhalten der Person genau beschrieben. Ich habe heute weite Teile des Buches noch mal gelesen. Und da ist man doch schon sehr deprimiert. Worin hat sich eigentlich das Verhalten der Beamten Ihnen gegenüber noch unterschieden? Das war doch psychische Folter. Natürlich. Es war von Anfang an sehr geplant, sehr zielorientiert. Also das Ziel war wirklich, eine Frau, eine Mutter, eine Journalistin zu brechen. Und dafür haben Sie eigentlich alle Register gezogen. Da wird zum Beispiel gesagt, wenn Sie hier vor die Tür gehen, wieder mit Ihrem Sohn auf den Spielplatz gehen. Sie gehen ja immer mit Ihrem Sohn alleine auf den Spielplatz. Dann gucken wir mal, was passiert. Und das haben Sie ja gemacht. Nach meiner Freilassung war ich noch weitere acht Monate in der Türkei. Und oft habe ich noch Antiterroreinheiten gesehen vor meiner Tür. Wenn ich ins Kino gegangen bin mit meinem Sohn, haben Sie sich sogar die Karte gekauft und sind reingekommen. Also die Drohung haben Sie eigentlich verwirklicht. Sie beschreiben am Anfang des Buches, wie Sie sozusagen überfallen wurden und dann in Polizeigewahrsam kamen. War das wirklich vollkommen unerwartet? Unerwartet, also als Journalistin nicht, weil in der Türkei auch vor mir Dutzende, Hunderte Journalisten in Haft gekommen sind. Und vor allem 2017 war eine Krisensituation, da nach dem Putschversuch 2016 sind ja so viele Menschen inhaftiert worden. Also politisch gesehen war es natürlich nicht unabsehbar. Aber ja, als Mensch erwartet man es natürlich nicht, weil man sich auch gar nicht bewusst ist, wofür man eingesperrt werden kann. Und ich bin in Deutschland sozialisiert worden, habe ein Rechtsverständnis, ein deutsches Rechtsverständnis, lebe in einer Demokratie. Und alles, was ich gemacht habe, war für das demokratische Verständnis erlaubt. Wie geht es eigentlich jetzt Ihrem Sohn? Kann er sich noch daran erinnern? Er war ja damals zwei Jahre alt. Also er erinnert sich eigentlich kaum an die Zeit oder verdrängt es. Aber man kann sehen, dass es ihm sehr gut geht. Er ist lebensfroh, lustig und redet eigentlich gar nicht mehr von dieser Zeit. Was haben Sie jetzt in Erinnerung als das Schlimmste, wenn man das überhaupt so sagen kann, empfunden? Weil Sie ja schreiben, Sie hätten sich verändert durch diese Zeit als Mensch. Zwei Sachen. Die Razzianacht, der Überfall, den ich auch so in meinem Buch nenne. Weil ich das erste Mal gemerkt habe, dass das Sichere, das Zuhause, der Hafen, der für jeden ein Ort des Zurückziehens ist, dass der gar nicht so sicher ist. Dass der eben auch gestört werden kann. Meine eigenen vier Wände. Meine eigene Tür, die ich zu meiner Sicherheit ja zugemacht habe, aber nie abgeschlossen habe, war plötzlich offen, wurde aufgebrochen. Das war die eine Nacht, die ich nie vergessen werde und die auch immer zurückkommt. Also immer wenn in der Türkei eine Razzia stattfindet, schlafe ich in dieser Nacht sehr unruhig. Das gebe ich auch sehr gern zu, weil das ein menschliches Gefühl ist. Dieses Trauma sitzt tief und das vergisst man nicht. Und die zweite schlimmste Sache ist die Nacktdurchsuchung im Gefängnis. Das ist eins der schlimmsten Dinge, die ich erlebt habe, weil ich mir eben nicht vorstellen konnte, dass es so etwas Unmenschliches noch gibt. Und dass die Würde des Menschen auf solch eine Art verletzt werden kann. Und da muss man sagen, Sie sind regelmäßig auch sozusagen, um zu beweisen, dass Sie nicht gefoltert worden seien, untersucht worden von Ärzten. Genau. Das ist Routine, dass man immer wieder bei jedem Prozess, bei jeder neueren Instanz, also wenn man wieder in Untersuchungshaft kommt, dass man immer vor die Ärzte geführt wird. Aber ich habe das auch sehr gut, glaube ich, beschrieben, dass die Ärzte eigentlich schon total routiniert waren. Dass sie ihren Job gemacht haben, kaum ins Auge geschaut haben, weil dann würden sie sehen, die Person hat Angst oder die Person ist eingeschüchtert. Nicht mal das haben sie festgestellt. Viele haben es auch absichtlich weggeschaut. Jetzt erzählen Sie von diesen Erlebnissen. Sie erzählen davon auch an Schulen. Wie schwer fällt Ihnen das? Also in diesem Moment fällt es mir nicht schwer, darüber zu erzählen. Aber danach ist es wirklich so, dass ich all die Erlebnisse nochmal reproduziert habe eigentlich. Und das auf meine Seele auch schwer lastet. Weil ich bin auch nur ein Mensch. Ich bin eine Frau. Ich bin eine sehr zerbrechliche Mutter. Und ich habe all das mit meinem Sohn erlebt. Von daher ist immer die Unbekümmertheit, die ich nicht mehr habe, bedrückt mich natürlich sehr, wenn ich davon erzähle. Aber ich finde es natürlich an Schulen vor allem schön, weil ich sehr gutes Feedback bekomme. Weil ich weiß, die Jugendlichen, die Schüler interessieren sich für diese Themen und haben ein Rechtsverständnis, das wir uns hier erhoffen für unsere Demokratie. Und das macht mir dann immer Mut, weiterzumachen. Sie sind jetzt viel auf Lesereise unterwegs. Wie reagieren da sozusagen die normalen Leser, die in eine Buchhandlung kommen und sagen, Mensch, die Michale Tolu, die will ich jetzt aber mal kennenlernen, wenn sie das im Buch vorliest. Ja, die meisten haben natürlich Empathie für mich. Es sind meistens auch Frauen, die dann sehr emotional werden. Männer sind dann eher so distanzierter und wollen eher so geschichtliche Hintergründe erfahren. Aber generell habe ich immer gutes Feedback und viele sind einfach auch sehr stolz irgendwie auf mich, weil die sagen, du hast so viel durchgemacht. In diesem Buch beschreibst du diese ganze emotionale Seite, aber dann sehen wir dich, wie stark du wirkst. Und genau in diesem Buch will ich das eigentlich vermitteln. Man kann all das erleben, aber man kann gestärkter auch aus solchen Notsituationen rauskommen. Wenn Sie jetzt in die Türkei schauen, am Wochenende, am Sonntag, sind dort erneute Wahlen für das Oberbürgermeisteramt in Istanbul. Denn die AKP hat die anderen Wahlen annullieren lassen und gesagt, da war das nicht in Ordnung. Die Wahlkommission hat das dann ganz brav gemacht. Mit welchen, wie nah sind Sie da dran? Mit welchen Gefühlen beobachten Sie das? Eigentlich sehr nah, weil ich eben auch eine Sehnsucht für die Türkei habe, für Istanbul vor allem. Ich habe dort gelebt, habe dort gearbeitet. Meine Hoffnung ist natürlich, dass die Menschen, die damals am 31. März für den Oppositionskandidaten, es ist eigentlich auch egal, wer es war, sondern es geht darum, dass die Menschen das erste Mal, dass das erste Mal die Menschen sich für etwas Neues entschieden haben, für eine Veränderung. Und das ist für mich ein Signal, dass das, was bisher war, nicht mehr passt, nicht mehr in Ordnung ist. Und deswegen bin ich eigentlich voller Hoffnung und bin wirklich zuversichtlich, denke schon, dass die Menschen sich wieder für eine Veränderung entscheiden werden, wenn nicht hoch manipuliert wird. Welche Schritte, glauben Sie, muss die Türkei gehen, um den Weg zurück zur Demokratie zu finden? Also wir brauchen ganz sicher einen Regierungswechsel. Ich denke nicht, dass unter der AKP-Regierung eine Veränderung klappen könnte, weil die AKP eigentlich vor 17 Jahren ihr Ziel gezeigt hat und schon damals gesagt hat, dass sie auf 2023 hin zielen mit bestimmten Sachen wie Alleinherrschaft etc. Von daher brauchen wir natürlich eine tiefgreifende Veränderung. Das heißt, eine neue Regierung... Ist die Gesellschaft dazu bereit? Natürlich, die Gesellschaft hat sehr viele Veränderungen eigentlich erlebt. Die Gesellschaft hat Kriege miterlebt, die ständig auch fortgeführt werden. Ich denke schon, dass die Gesellschaft mitmachen würde und dass diese Sehnsucht in der Gesellschaft auch da ist. Nur brauchen wir wirklich tiefgreifende Veränderungen, weil die AKP ihre Kader überall festgesetzt hat. Und das erfordert mehrere Jahre. Und viele Akademiker, die vielleicht zu einer politischen Veränderung beitragen können, sind ja nicht mehr da. Ja, wir haben einen Wissensschwund. Wir haben sehr viele Studierende, die nicht mehr in der Türkei studieren. Das heißt, das sind unsere zukünftigen Wissenschaftler oder auch andertätige Menschen. Und all die sind weggegangen. Und sehr wichtige Journalisten, Anwälte, Ärzte leben nicht mehr in der Türkei. Aber ich hoffe natürlich, dass mit der Veränderung die Rückkehr auch angeschlagen wird. Drei Geständnisse wollen wir jetzt von Ihnen noch hören. In dieser Woche macht die Meldung, Mishale Tulu bekommt ein Wörterioteriat bei der Schwäbischen Zeitung die Runde. Wie glücklich waren Sie, als Sie das bekommen haben? Sehr, weil es mir ein Anliegen war, ein Herzenswunsch war, einfach wieder journalistisch zu arbeiten. Und ich bin ja Schwäbin. Von daher bin ich sehr froh, dass ich in meiner Region eine gute Gelegenheit bekommen habe. Machen Sie mal Werbung für die Zeitung. Was mögen Sie an der? An der Schwäbischen Zeitung mag ich natürlich, dass sie so vielfältig ist. Also, dass wir Radio, Fernseher, Digital, Print, alles haben. Und dass alle, die unter diesem Dach arbeiten, alles können. Also, in allen Bereichen ausgebildet werden. Worauf freuen Sie sich in diesem Jahr besonders? 2019 freue ich mich vor allem auf den Urlaub. Weil ich wirklich seit Jahren keinen Urlaub gemacht habe. Das letzte Mal war ich im Gefängnis und danach im Freiluftgefängnis Türkei. Und das ist jetzt das erste Jahr, wo ich wirklich wieder mal frei, in Sicherheit wahrscheinlich Urlaub machen kann. Zusammen mit Ihrer Familie? Genau. Verraten Sie uns, wo es hingeht? Das wissen wir noch nicht. Also, dass ich in die Türkei nicht kann, ist klar. Aber alles andere ist noch offen. Bei Ihrer Arbeit, worauf freuen Sie sich denn da besonders? Dass ich einfach wieder Themen ansprechen kann. Andere Themen als nur die Türkei. Dass ich als Journalistin im Hintergrund bin. Also, dass ich nicht mal Thema der Berichterstattung sein werde. Sondern, dass ich die Themen auswähle hoffentlich und auch meine Gesprächspartner. Was hat dieser Aufenthalt in der Türkei an Beziehungen gebracht hier in Deutschland? Denn Sie hatten ja durchaus einige Leute, die Sie unterstützt haben. Ja, ich habe sehr gute Verbindungen zu Politikern, zu Journalisten, zu Kolleginnen und Kollegen. Aber auch zu ganz normalen Menschen, die mir Briefe geschrieben haben, die mich unterstützt haben. Und ich versuche die auch wirklich zu pflegen. Also, wenn ich die Adressen oder die Telefonnummern habe oder von Politikern, da ist es ganz normal, dass wir uns mal austauschen. Michale Tolow, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Und viel Erfolg weiterhin mit Ihrem Buch. Vielen Dank. Vielen Dank.